Ich glaube, wir haben im Moment eine unglaubliche Mentalität, die wir auf den Platz bringen. Wir haben zum Start dieses Jahres ein Match gedreht, wir haben den Match in Unterzahl sogar noch gewinnen. Klar, mit dem Match gegen Winterthur sind wir nicht ganz zufrieden, aber trotz allem sind wir immer noch umgeschlagen. Und sicher die Mentalität, die wir jetzt auf den Platz bringen, das ist der grosse Unterschied zu dem, was wir in der ersten Hälfte gezeigt haben. Ich glaube, für alle in der Stadt, für alle Fans ist das ein extrem wichtiges Spiel. Auch gerade für mich als Spieler, der hier in diesem Verein gross geworden ist, der nur den Verein kennt. Das ist das wichtigste Spiel im Jahr, das ist ja so. Und gerade wenn wir zurückschauen, wir haben hier noch eine Rechnung offen, die wir jetzt am Wochenende begleichen wollen. Wir arbeiten sehr hart, wie man sieht im Training, wir geben alles, weil wir wissen, dass es in der Liga nicht einfach ist. Und wir sind auf dem Tisch, also müssen wir schnell arbeiten und dann ein bisschen weitergehen. Das ist ein sehr wichtiges Spiel für die Team und für die Zürich. Wir brauchen diese drei Punkte, wir wissen, dass es nicht einfach sein wird, aber wir müssen alles geben. Wir wissen, dass es ein sehr guter Klub ist, sie haben auch gute Spieler, sie spielen sehr gut. Aber wir werden nicht darauf achten, wir werden schnell arbeiten und hören, was der Trainer gesagt hat. Bis zum nächsten Mal. Achtung.